So, hallo und herzlich willkommen, heute mit Tee übrigens, weil es da irgendwie so klappert im Hintergrund. Ich habe einen neuen Tee ausprobiert, keine sorge ich mal als keine Werbung für das, aber ich glaube, er ist nicht fein. Aber ich bin ja so ein indischer Chai-Fanatiker und mache mir da ja selber inzwischen meine Mixturen. Und es passt auch gut, weil wir Maldius-Methode. Und dank Dr.ius trinke ich Schwarzteer. Ich weiß nicht, ob das einer seiner besten Geschenke an mich ist, aber es ist ein tolles. Jetzt habe ich heute was Neues ausprobiert. Es gibt so Tabs, klingt schon super. So kleine Tabletten sind es, die man angeblich im Wasserauflösenden kochen kann und dann schmeckt es nach Chai-Latte. Ich probiere ja immer alles aus, was manchmal auch dazu führt, dass ich mir dann genau sowas hier reinziehe. Und ihr dürft jetzt live bei meinem ersten Schluck dabei sein. Danach werden wir darüber urteilen. Ja, nicht fein. Aber erträglich und sehr würzig. Also kann man nichts sagen. Aber mein selbst zusammen gemixtes Hexengebräu finde ich besser. Gut. Ich habe bei der letzten Folge vier Einleitungen gemacht. So, heute geht es ein bisschen schneller zur Sache. Wir besprechen noch die Use-Methode. Es dockt so ein bisschen an das letzte Thema an. Gibt es richtige Homöopathie? In einer Folge sage ich, das gibt es nicht. Und jetzt erzähle ich euch, wie es richtig geht. Ah, sehr gut. Ich habe ja gesagt, meine Meinung ändert sich auch alle fünf Minuten. So in dem Sinne erzähle ich euch jetzt mal, wie richtig Homöopathie geht. Also lauscht alle ganz aufmerksam. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber die Use-Methode, die wird oft falsch verstanden oder auch missverstanden. Und es hat eben insofern auch mit der letzten Episode zu tun, weil es in einer Rückmeldung von einer Studentin, die an der höheren Fachprüfung war, die Rückmeldung, ich sage mal, im übertragenen Sinne, also es stand auch ziemlich wortwörtlich, aber ich kann es jetzt nicht mehr herbringen, wie es genau war. Aber der Inhalt war, sie hat lediglich nach der Use-Methode gearbeitet. Ja, und deshalb ist sie da durchgefallen, also eben Klammern. Deshalb war es scheiße. Jetzt ist es so, dass nicht immer wo Use-Methode draufsteht, auch Use-Methode drin ist, weil auch nach den Gesetzmäßigkeiten unserer letzten Folge ist die Use-Methode eigentlich nur einem Menschen auf diesem Planeten und der ist gestorben verfügbar gewesen. Nur Dr. Use kann die Use-Methode machen und wir Schüler bemühen uns darin, das möglichst erfolgreich nachzueffen. So, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Use-Methode überhaupt nicht wirklich eine Use-Methode ist. Dr. Use hat sich dagegen auch immer gewehrt, weil es es eigentlich kennt oder Bose so, aber nicht von ihm erfunden oder von ihm in irgendeiner Weise noch groß weitergeführt, sondern er hat die Art der Verschreibung basiert auf Kent. Und damit auch, weil Bose und ich glaube, auch mindestens mal Kent ja Organon 6 nicht kannte. Bei Bose bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber die beiden sicherlich nach Organon 5 geschafft haben. Das hat also tatsächlich auch wirklich inhaltliche Unterschiede. Gehen wir jetzt auch nicht darauf ein, was Unterschied ist zwischen Organon 5 und 6. Aber insofern unterscheidet es sich tatsächlich auch von Hahnemann, Organon 6 und den Leuten, die darauf hauptsächlich arbeiten. Und es unterscheidet sich natürlich auch von der Schweizer und auch von der oder von den Ansätzen der deutschen Homöopathie, die ja von anderen inspiriert worden sind. Dr. Use war natürlich auch viel in Deutschland. Auch dort hat er viele Fans gehabt. Zum Beispiel hat meine Homöopathie in Berlin schafft auch in Ansätzen, also Ansätze ist jetzt kleiner, also in ziemlich großen Teil nach Dr. Use, mit sehr vielen Bestandteilen. Vor allem die große Liebe zum Mensch und nicht unbedingt zu dem kleinsten Hustensymptom, wobei das eine Unterstellung ist. Bei Anneliese Obermann weiß ich ehrlich gesagt so genau gar nicht, wie viel Wert sie da legt auf die einzelnen Körpersymptome. Aber ich könnte es mir bei ihr sehr gut vorstellen, dass sie vor allen Dingen ihre große Liebe zum Mensch dazu führt, dass sie auch wie Dr. Use hauptsächlich den Menschen im Zentrum steht und eben nicht jedes kleine Hautsymptom. Gut, deshalb möchte ich heute ein bisschen über Use-Me-To noch mal reden. Also sehr allgemein, wenn wir alles besprechen wollen würden. Ich habe vor kurzer Zeit in Gautingen ein Seminar gehalten über das. Das war dreiteilig und hat jeden Abend glaube ich zwei, zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen. Ihr werdet mir verzeihen, wenn ich das in 30 Minuten nicht runterbrechen werde und das hier als Seminar durchgeht. Aber die Grundzüge und was dazu gehört, das nimmt schon genug Zeit ein. Und grundsätzlich gibt es zu jedem dieser Teile, die ich jetzt sage, auch eine einzelne Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr entschuldigt auch, dass ich mir nicht die Mühe mache, die alle einzeln zu verlinken. Wen also da noch was interessiert und ihr sagt, hey, was wie kleinste Dosis, was ist das? Das gibt es alles im Podcast und inzwischen ja auch auf Spotify eine gute Suchfunktion. Da gibt man einen Marvin-Homöopathie-Podcast, kleinste Dosis und dann wird man es finden. Bin ich ziemlich sicher. Gut, also lasst uns loslegen. Also ganz am Rande, selbstverständlich, sonst hätte die letzte Episode auch gar keinen Sinn gemacht, sind die Kernthemen der Use-Methode die Prinzipien der Homöopathie. Und ich weiß auch, dass wir uns da nicht alle einig sind. Also was die Prinzipien der Homöopathie sind, ist leider von Schule zu Schule auch wieder unterschiedlich. Aber ich glaube, dass alle großen Schulen dann doch am Schluss einig sind für Ähnlichkeitsgesetz, Lebenskraft und Individualität. Sonst macht es wirklich auch gar keinen Sinn oder hat überhaupt nichts mit Homöopathie zu tun. Ähnlichkeitsgesetz heißt, dass ich die Arzneimittel, also das ist, was das Gesetz nachher macht, Das Gesetz heißt einfach, Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Das wird dieses Similibus-Curentur-Sache. Und das Ähnlichkeitsgesetz ist eigentlich ein Naturgesetz, wo, wenn ähnliche Sachen zusammenkommen, sich das aufhebt, zumindest mal auf der Schwingungsebene. Heißt, wenn ich ein Arzneimittel wähle mit einer Kunstkrankheit, vergifte ich den Patienten ähnlich zu der Krankheit, die er natürlich hat, zu seiner natürlichen Krankheit, dann hebt sich das auf und es geschieht Selbstheilung. Die Selbstheilung geschieht durch die Lebenskraft und jede Lebenskraft, wie auch die natürliche Krankheit, sind individuell. Das heißt, wir haben diese drei Themen, Ähnlichkeit, Lebenskraft und Individualität. Dann gibt es ein anderes Prinzip, wo ich glaube auch, dass eigentlich alle, die mit homöopathischen Arzneimitteln vertraut sind und damit einverstanden sind, ist die Arzneimittelprüfung. Ich weiß, dass einige davon abgewichen sind, da gesunde Probanden in großer Zahl zu nehmen und denen die Arznei verabzureichen. Sondern da gibt es inzwischen Traumprüfungen und andere Arten, wie man diese Arzneimittel prüft. Wo ich grundsätzlich für offen bin, leider diese, oder sagen wir es so, nicht alle Traumprüfungen, glaube ich, so verlässlich sind. Aber das ist auch wieder eine Unterstellung, die ich auch nicht beweisen kann, weil ich mit einem Arzneimittel inzwischen arbeite, was über Traumträume geprüft worden ist und wirklich fantastisch funktioniert und großartige Wirkungen in der Praxis macht. Insofern scheint das also auch eine probate Möglichkeit zu sein, zu Symptomen zu kommen. Auch wenn ich dort schnell bei Traumprüfungen schnell das Gefühl habe, dass es irgendwie wirkt unseriös und weil es auch nur einer ist und so denke ich, ja, die Bandbreite von so einem Arzneimittel, wie wir das kennen, dann über den Traum abzubilden von einer Person, weiß nicht. Aber gut, aber das ist grundsätzlich ein Muss, Arzneimittel anzuwenden in der Omiopathie, geht ja erst, wenn eine Arzneimittelprüfung durchgeführt worden ist. Und, wie ich immer wieder gerne auch sage, Arzneimittelprüfung ist natürlich auch eine super Möglichkeit, Skeptiker dazu zu bewegen, die sollen einfach irgendeine Arznei lang genug einnehmen. Wenn sie dann Symptome machen, können sie wieder absetzen, dann verschwindet es wieder, dann machen sie es nur mit einer anderen Arznei und spätestens dann, wenn sie C200 genommen haben, ist ihnen vielleicht auch klar, dass da was drin ist. Gut. Und damit einher gehen die anderen Prinzipien Potenz und kleinste Dosis, naja, vor allen Dingen Potenz, weil wir natürlich hauptsächlich in der Homöopathie diese potenzierten Arzneien verwenden, damit sie eben keine chemischen Nebenwirkungen erzeugen, womit die Ärzte kämpfen oder auch die Naturheilpraktiker, die keine Homöopathie verwenden, die ja mit chemischen Nebenwirkungen zu kämpfen haben, auch mit Überdosierung von Ernährungsergänzung. Das sind ja chemische Kunstkrankheiten, nicht, dass die weniger schlimm sind, aber die haben nicht diese starke Heilkraft wie unsere Kunstkrankheiten, sondern die potenzierten Kunstkrankheiten von Homöopathie. Deshalb ist Potenzierung auch ein Prinzip der Use-Methode. Dann die kleinste Dosis, kleinstmögliche Dosis, das ist natürlich in mehrerlei Hinsicht auch Hahnemanns Verdünnung und Potenzierung geschuldet, dass man die kleinstmögliche Dosierung auch oder Anwendung nimmt. Das ist so ein bisschen ausgehebelt worden durch sein eigenes Organon 6, wo er ja eigentlich das kleinste Dosis-Gesetzmäßigkeit nicht mehr vertritt oder man es uminterpretieren musste. Es wird nicht mehr mit einer einmaligen C-Potenz gearbeitet, die möglichst selten wiederholt wird, sondern ja heute eigentlich mehrheitlich mit Dauermedikationen gearbeitet wird oder häufigeren Wiederholungen. Was ich auch mal wieder gesehen habe, was sich auch tatsächlich kulturell und ländermäßig unterscheidet. Also ich habe ja die Gelegenheit gehabt, mehrmals in Indien auch Fälle zu behandeln. Die haben wirklich viel, viel die erstaunlicheren, durchschlagenderen, nachhaltigeren Effekte zum Teil auf Krankheiten, wo ich hier in der Schweiz ehrlich gesagt nicht mal die Idee hätte, dass es überhaupt besser wird mit den wenigsten Gaben. Mein Freund Dr. Rajiv aus Indien, der gibt tatsächlich immer nur eine Dosierung ab von allem, was er gibt und hat wahnsinnige Erfolge, die er auch ständig veröffentlicht. Und die habe ich auch damals gesehen, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber da habe ich auch damals gesehen, wie das läuft. Und heute sind wir übergegangen eigentlich zu dieser Dauerdosierung von den L-Potenzen, wo die SAI eigentlich auch jetzt seit ein paar Jahren mehrheitlich auf flüssige Aufferabreichungen übergegangen ist. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, wann und wie, wo dann Keimintensiv sind, haben wir bisher irgendwie erwähnt, warum. Aber ich habe das gehört und auch gesehen, dass das mehrheitlich verschrieben wird. Ich arbeite immer noch mit den C-Potenzen, also bin absoluter Dinosaurier. Aber mit meiner Patientin und ich, wir sind sehr zufrieden und sehr, sehr wenige Fälle nur, wo ich dann auf L-M-Potenzen umgestiegen bin und die regelmäßig gebe und so viel besser laufen, ehrlich gesagt auch nicht. Also, wo ich oft denke, wenn man das richtige Mittel hat, braucht es auch nach wie vor eigentlich nur eine gute C-Potenz und da muss man die halt in sinnvollen Abständen wiederholen. Ich halte also auch nichts davon, sich da so ein Regelsystem, gibt ja so Kinscher Skala und sowas, so ein Regelsystem aufzudoktorieren, weil das ja am Schluss einzigartig ist. Aber kleinste Dosis wären Grundprinzip und Einzelmittel eben keine Komplexmittel, sondern eine Arznei für eine natürliche Krankheit. Das waren die Grundprinzipien. Da gibt es jeweils eine eigene Folge zu, diesen Steinalt im Podcast Leben gesehen vor vier Jahren. Es kann also auch sein, dass ich die damals auch noch wirklich anders erklärt habe. Ich habe ja auch wirklich sehr viel mich damit beschäftigt inzwischen und Weiterbildungen gemacht und mache auch Weiterbildungen bei Leuten, die nur mit L-M-Potenzen arbeiten. Also ich kenne das relativ gut, würde ich sagen, ohne halt eigene Anwendungsbeispiele zu haben, wo ich jetzt mega begeistert wäre, dass ich irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt stellen wir alles um. Also das mal zur Use-Methode ist ganz wichtig, wenn man da hört, da Use-Methode, was macht der? Ah, so ein bisschen Gespüschmi, Fütschmi und dann berät er die Leute und macht da so spirituelle Hampelmann oder was ich auch schon erst gehört habe über das. Da muss ich mal aufpassen, dass ich ja nicht so kaustikumäßig da unterwegs bin und dann mich da mit allen streite. Weil das natürlich überhaupt nicht die Use-Methode ist. Die Use-Methode ist eigentlich, wenn man es mal überspitzt formulieren möchte, ist das Ergebnis eines begnadeten Materia Medica Wissens plus eines extrem umfangreichen Repertorium Wissens gepaart in einem Menschen, sodass er innert kürzester Zeit den Weg in die Tiefe des Patienten findet und in dieser Tiefe des Patienten nachher die ähnlichste Arznei von den Arzneimitteln, die er gekannt hat, verabreicht hat. Und dass er ja auch Fälle hatte, die nicht laufen, das geht allen so. Also welcher große Hormiopath behauptet, der hätte bei allen Fällen immer Erfolg. Der ist für mich der unseriöseste von allen, dem wir am wenigsten glauben, gibt es sicher heute Möglichkeiten, um das zu kompensieren, weil niemand von unseren, von den Use-Schülern hat ja diese Erfahrung von 50 Jahren Berufserfahrung in Indien, was ja ganz ein anderes Niveau ist. Dort haben die riesige Spätäler, zumindest zu der Zeit gehabt, als Dr. Duis dort gearbeitet hat. In Delhi, glaube ich, war das und wahnsinnig viele Fälle auch pro Tag. Der hat ja sehr viele Patienten am Tag behandelt und so weiter und auch wie früh die angefangen haben. Da verfügt ja niemand von uns über das. Und dadurch auch ist das Theorie- oder das Mathematik-Medikerwissen bei uns, Use-Schülern, ja eher theoretischer Natur. Und, das ist immer ganz wichtig, geht auch über die praktische Mathematika von Dr. Yous hinaus. Also ich glaube auch, dass uns viele immer unterstellen, dass wir nur diese Mittel von Dr. Yous verwenden würden, die in seiner praktischen Mathematika steht. Und dass wir auch nur die Symptome verwenden würden, die dort in der praktischen Mathematika von Dr. Yous steht, ist auch nicht der Fall. Natürlich arbeiten wir auch noch mit mehreren Büchern, die zum Teil auch Pflichtlektüre sind an der Essay. Also auch das Verurteil möchte ich gerade mal mit aufräumen. Es liegt daran, dass sehr viele Leute von uns einfach nur aus der praktischen Materie Medika lernen, weil ich einfach noch nicht alle Mittel daraus kann. Und wenn ich aus dem Buch, was ich schon habe, nicht mal alle Mittel beherrsche, warum soll ich mir dann neue Bücher holen, die ich auch nicht beherrsche? Außer als Nachschlagewerk. Gut, das bringt uns auch schon weiter. Was gehört noch zur Yous-Methode dazu? Neben diesen Prinzipien, die man beherrschen muss, da gehören ehrlich gesagt noch mehr dazu. Aber eben, ich bitte um Verzeihung, wenn ich nicht alles erwähne, aber die zentralen Aspekte der Yous-Methode beinhalten jetzt natürlich das, was wir im Podcast in der letzten Zeit sehr viel gemacht haben, nämlich das vollständige Symptom. Da unterscheiden wir auch nach Gemütssymptomen, allgemeinen Symptomen und Lokalsymptomen. Da gibt es auch Folgen, die sind wiederum schon wieder etwas älter. Und auch da unterteilen wir nochmal, da haben wir einen Teil aber auch gemacht in diesen acht Folgen, das vollständige Symptom. Ich erwähne sie hier aber der Vollständigkeit nochmal. Also wir suchen, wenn wir mit dem Patienten ein Anamnese-Gespräch haben, suchen wir immer Gemütssymptome. Also, dazu gehören Gemütssymptome wirklich vom Charakterwillen. Ist der religiös? Ist der sportlich? Ist der aktiv? Ist der ordentlich? Ist der schnell verletzt beleidigt? Ist er nachtragend? Ist er allgemein ängstlich? Ist er ein Arbeitertyp? Ist er ein voller bequemer Typ? Ist er ein geselliger Typ? Mitführend? Egoistisch? Dann suchen wir Gemüts-Wissens-Symptome. Das sind Konzentration, Gedächtnis, kognitive Auffassungsgabe, Verständnis. Dann unterteilen wir die Ängste und Wahn-Ideen. Das sind spezifische Gemütssymptome. Bei den Ängsten geht es einfach darum, was für Ängste oder Sorgen hat der Patient. Und in welcher Intensität? Bei Wahn-Ideen sind es entweder wirklich Wahnvorstellungen oder Fixationen. Also der Tee wird nicht besser, wenn ich ihn öfter trinke. Aber akzeptabel. Also kauft euch keine Tabs. Dann allgemeine Symptome sind einfach Symptome, die den Körper im Allgemeinen betreffen, wie zum Beispiel Schlaf oder Verdauung oder Haut. Sofern es jetzt nicht an einer Stelle ist. Also allgemeine Symptome, zum Beispiel allgemeine trockene Haut, wären allgemeine Symptome. Allgemeine Wetterempfindlichkeiten und so weiter. Und psychokale Symptome, das sind einfach Symptome, die wirklich nur ein bestimmtes Organ oder Ort betreffen. Das vollständige Symptom haben wir auch gemacht. Das besteht aus verschiedenen Punkten. Einer ist Was. Hier ist ganz wichtig, Was betrifft, Was hat der Patient? Hier haben wir einen ganz zentralen Teil der Use-Methode, den man eigentlich auf der Bühne immer wieder sieht. Nämlich der sogenannte Organtropismus Organtropismus oder allgemein Tropismus genannt, weil nicht immer behandelt es sich um ein Organ. Tropismus kann zum Beispiel auch Blutungen sein oder Depressionen oder Ängste oder so. Also Tropismus kann einfach sein Hauptwirkort oder andersrum aufgedrückt Hauptort, wo sich die Krankheit zeigt. Zeigt es sich am Körper, zeigt es sich am Geist, zeigt es sich am Gemüt und wenn ja, wo davon. Zeigt es sich beim Gemüt auf den Ängsten oder auf der Arbeit. Also Tropismus, wo und damit natürlich auch zu suchen, auf der anderen Seite bei der Arznei, wo wirkt denn eine Arznei am stärksten? Große Arzneien haben sehr viele Tropismen. Also was, wo genau, also wo genau ist das Symptom, wenn es einen Ort gibt? Was hat der Patient beinhaltet, aber auch noch, habe ich vergessen, Diagnose und der medizinische Hintergrund? Oder wenn es das noch nicht abgeklärt ist, wie benennt es halt der Patient? Was hat der? Ich habe Husten. Wo genau ist dann eigentlich eine Präzisierung? Wie zeigt es sich? Da sind wir dann bei der Individualität. Stechen brennend, morgens oder abends, nachts, tagsüber, im Sommer, im Herbst, wenn ich beleidigt bin, nach dem Essen. Dann warum? Mein Lieblingsthema, gehe ich heute wirklich nicht darauf ein, sonst wird die Episode drei Stunden lang. Der Auslöser, warum oder Seite wann bin ich krank, sagt unglaublich viel über den Menschen aus. Das ist ein ganz zentraler Punkt, auch wenn der in den Arzneimittelprüfungen nicht so stark abgedeckt werden kann, ist das doch ein zentraler, praktischer Hinweis auf die Arznei. Und natürlich, wenn wir aufhören, nur Symptome zu jagen, sondern wirklich Menschen verstehen wollen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was den Menschen krank macht und nicht nur ein Mittel suchen wollen, dann kommen wir um die Frage des Auslösers gar nicht herum. Selbst wenn wir das vielleicht dann mit unserer Art der Mathematica, wenn ihr nicht bei Dr. Deuce Schule hattet, selbst wenn ihr mit eurer Art der Homöopathie das nicht mehr abdecken könnt, weil in euren Mathematica der Auslöser nicht vorhanden ist, dann ist es trotzdem etwas, was man immer fragen muss, um den Mensch kennenzulernen. Was sind denn überhaupt seine Probleme? Woran hat es denn angefangen? Also mir ist nach wie vor einer der wenigen Punkte, in dem nicht klar ist, wie man ohne Auslöser arbeiten kann. Wer, also wen oder wer ist krank? Wen behandle ich? Geht um den ganzen Mensch. Dann haben wir da endlos Blacklight-Symptome angeschaut. Also das suche ich auch noch. Was begleitet jetzt die Krankheit? Wenn er zum Beispiel mehrere Körpersymptome hat oder noch Zustände hat im Akuten. Ich habe auch noch Gliederschmerzen und fühle mich müde und schlapp. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt bei der Serie nicht zum Tragen gekommen ist, aber bei Dr. Jus ganz, ganz ein zentraler Punkt und der wird auch oft missverstanden, ist nämlich Beobachtung und Verhalten. Wie erkläre ich das jetzt, dass es nicht wieder zu Missverständnissen kommt? Ich sage mal erstmal, wie es nicht ist. Also es gibt ja manchmal, dass man in der Mathematica oder irgendwo liest, ja, das ist ein Mittel für blonde, dicke, emotionale Frauen. So, das ist jetzt erstmal richtig und zugleich falsch. Es ist erstmal per se falsch, weil selbstverständlich dieses Mittel, welches auch immer das ist, für andere dünne, schlanke, nicht emotionale Männer genauso indiziert sein kann, einfach je nachdem. So, das ist ja erstmal das Schöne an Homöopathie, dass es eben nicht ein Mittel für emotionale, dicke, blonde Frauen gibt. Das ist eh Quatsch. Oder für Husten oder so. Trotzdem ist das Beobachtung und Verhalten, was bei Dr. Jus steht, ein absoluter Keychanger in vielen verschiedenen Sachen. Vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Episode. Merke ich gerade. Ich glaube, dass wir da noch nicht genug drüber geschwitzt haben. Aber ich gucke, dass ich es heute hinkriege ohne Missverständnisse, dass es bei euch hinkriegt. Diese Beobachtung und Verhalten, wie fange ich an? Also, wer macht es so? Dr. Jus hat, müsst ihr euch vorstellen, über 50 Jahre lang Leute beobachtet und hat, während er am Patienten ist, also, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, circa 800 Homöopathische Arzneimel im Kopf, mindestens, vielleicht mehr, plus zu den meisten dieser Themen auch die dazugehörigen Rubriken. Also, wenn ihr dann fragt, sind sie eher ordentlich oder nicht? Dann hat er beide Rubriken im Kopf und die Mittel, die da hauptsächlich drinstehen, drei und zum Teil auch die zweiwertigen. Vielleicht nicht jedes einwärtige, aber das wissen wir auch vom Repertorium her, ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Das heißt, er jongliert eigentlich während so einer Anamnese 800 Bälle. Und durch seine Erfahrung gibt es dort dann Shortcuts, das ist ja bei allem anderen auch so, dass ich, wenn ich eine Sache lang genug gemacht habe, gibt es, nicht überall gibt es die Abkürzungen, aber jeder weiß, wenn er das erste Mal, keine Ahnung, in der Drogerie arbeitet oder im Pflegeberuf arbeitet oder als Ingenieur arbeitet, dann muss man halt die Liste von A bis Z abhaken. Irgendwann kann man auch die Abkürzungen nehmen und man ist effizienter, besser und vor allen Dingen lockerer und das macht mehr Spaß. Gut, so muss man sich das vorstellen. Wir nennen das mentale Repertorisation. Der Patient setzt sich also hin und dann hat Dr. Hughes bereits einen Eindruck. Den haben wir übrigens alle. Also das ist jetzt nicht Dr. Hughes persönlich, der diesen Eindruck hat. Gut, jetzt hat er nicht mehr weiß gestorben, aber er hatte ihn. Wir haben ja auch einen Eindruck. Wir sehen jemanden in der Bahn, der sitzt sich uns schräg gegenüber und wir haben einen Eindruck davon. Gut, wir haben wahrscheinlich auch eine persönliche Meinung und vielleicht auch noch eine Bewertung, die zählt ja aber nicht, aber wir haben einen persönlichen Eindruck. Wenn wir emotional empfänglich sind, und das sind hoffentlich die meisten Umgeparten, dann haben wir sogar noch ein Gefühl. Vielleicht werden wir da sogar trainiert. Das ist jetzt etwas, was ich zum Beispiel sehr gut kann. Ich habe relativ schnell auch ein Gefühl, wie er sich fühlt. Das liegt einfach daran, dass ich das bei mir im Körper dann spüre und am Anfang immer dachte, wieso bin ich eigentlich so unruhig, bis ich gemerkt habe, das ist jetzt der Patient. Gut. Also das heißt, diese Beobachtung, Verhalten ist eine sehr tiefgründige Sache, wo ich mich eigentlich mit dem Patienten auch auf eine Art und Weise verbinde. Das ist wie, wenn ich in den Raum reinkomme und denke, oh, hier ist aber dicke Luft. dann habe ich ja eine Beobachtung und ich beobachte dort eine Stimmung, ein Gefühl. Es ist ein bisschen was Abstraktes, aber zum Myopathen, wo wir mit nichts arbeiten, sollte uns das auch nicht abschrecken. Diese Beobachtung, Verhalten sind zu einem sehr großen Teil spezifisch zu irgendetwas. Sind es Charaktereigenschaften? Gibt es zu den Charaktereigenschaften oft spezifische Varianten, wie der sich ausprägt? Also nehmen wir mal das Reden. Ein extrem arroganter Typ wird anders reden als ein sehr schüchterner Typ. Ein sehr angepasster Typ wird anders reden als ein sehr introvertierter Typ. Ein Typ, der gerne im Mittelpunkt steht, wird ganz anders reden als ein verrückter Typ und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das immer der Hinweis ist auf ein Mittel. Also nur weil jemand, keine Ahnung, sehr arrogant redet, heißt das nicht, dass das immer der Hinweis ist auf ein Mittel. Aber ehrlich gesagt, und das finde ich extrem logisch, es schließt aber unter Umständen gewisse Mittel von vornherein aus, die diese arrogante Verhalten nicht haben. So wie es ja auch auf der Körpersymptomatik so ist. Wenn ich sehe, er hat, oder wenn ich mitbekomme, er hat stechende Schmerzen, besser kühle, dann schließt das ja auch gewisse Arzneien aus, die das gar nicht abdecken. Und insofern ist es auch gar nicht abwegig. Insofern ist es gar nicht abwegig, mit Beobachtungen und Verhalten zu arbeiten und zu sagen, okay, die ist groß, dick, blond, emotional und sehr schüchtern. Es ist gar nicht so, dass es dann immer ein Mittel ist. Aber es schließt eventuell gewisse Arzneien aus. Da sollte man natürlich vorsichtig sein. Und jeder erfahrenen Homöopath weiß das auch, dass man nur, weil derjenige blond ist und nicht rothaarig, deswegen nicht sagt, ja, dann kann es nicht das sein. Das ist ja selbst bei den Miasmen nicht so. Also selbst bei so groß tragenden Säulen wie die Miasmen ist es nicht so, dass man sagt, ja, nur weil der jetzt hochpsorisch ist, kriegt er kein Dekupodium. Also nicht mal da ist es so. Aber es kann ein Hinweis darauf sein, dass wenn er hochpsorisch ist, die Chance, dass er Syphilinum bekommt, eher, oder sagen wir mal so, recht gering ist. Und so ist eben dieses Beobachtungverhalten bei der Jus-Methode eine der Schlüsselabkürzungen von Dr. Jus, dadurch, dass er die Arzneien so oft gesehen hat und zwar nicht so oft, wie wir die jetzt gesehen haben, sondern wirklich, wirklich, wirklich oft und teilweise auch stationär. Ja, also die Patienten ja auch tageweise viel, viel mehr begleitet hat, als wir das hier können. Dass er zu gewissen Arzneien und auch zu gewissen Arzneiengruppierungen oder auch zu dem Miasmen gewisse Beobachtungen und Verhalten gespeichert hat und damit einen schnellen Einstieg hat in den Patienten. Und sei das nur, dass der Patient sich schnell verstanden fühlt. Also wir hacken da jetzt noch ein bisschen rum auf den Punkt. Stellt euch vor, ihr habt einen Typen, der sehr schüchtern ist und ihr würdet das am Verhalten und Beobachtung nicht erkennen, sondern verhaltet euch dann so, wie es ein schüchterner Mensch nicht gern hat. Nämlich zum Beispiel, dass ihr ihn nach dir drückt und quetscht und er muss jetzt antworten und kritisiert ihn noch ein bisschen oder redet zu laut mit der Stimme. Also allein schon, dass ich das bemerke, muss man ja noch nicht sagen, ah okay, vielleicht ist es Pusatilla, Calcium, Silicea oder Psorinum. Sondern das reicht ja am Schluss völlig aus, dass ich sehe, okay, er ist ein schüchterner Typ, so Aurum wird er nicht bekommen oder Nuxfomica ist sehr unwahrscheinlich, dass er das braucht. Noch nicht raus, aber unwahrscheinlich. Und so hat Dr. Hughes eigentlich diese Shortcuts gemacht, dass er gesehen hat, dick, freundlich, blond, emotional, schüchtern, dann gibt er ihr die Hand, wie gibt sie die Hand. Und dann ist einfach das Naheliegendste mit einem Arzneimittel, Familie, rundum, da hat Dr. Hughes nie nur ein Mittel im Kopf, sondern gibt es einfach eine große Netzwerk-DD rundum-scheue-Typen. Seien das die Magnesiumverbindungen, die Bariumverbindungen, die Kalziumverbindungen, gewisse Pflanzen, die das haben, einzelne Tiere, die das haben oder natürlich noch weitere Mineralien bis hin zu, dass es nur Soden gibt, die so auftreten. Dieser D, die hat er im Kopf, das sind dann, was weiß ich, 20 bis 50 Mittel, je nachdem. Und dann kann das, und dann fängt er halt dort an und fragt halt die Themen, die es dort halt dann zu fragen gibt, je nachdem, um halt in dieser Arzneimittelfamilie zu suchen. Aber es kann ja sein, dass jetzt diese Frau, die ich eben beschrieben habe, mit einer frischen Verletzung am Bein kommt, dann ist das ja komplett irrelevant, wie die aussieht. Oder sie hat eine frisch operierte Problematik und hat postoperative Schwierigkeiten. Oder sie ist schwanger und hat Schwangerschaftsprobleme. Unter Umständen ist das also ganz klar, dass das Aussehen und Verhalten nicht immer und in jedem Fall einen Hinweis auf die Arzneimittel, Miasmatik oder die Krankheit gibt. Aber es kann einen sehr, sehr großen Hinweis darauf geben oder eine Idee geben, gerade bei chronischen Fällen in welche Richtung ich frage. Und deshalb ist sozusagen beobachten, verhalten und das auch einzuteilen im Jasmin oder die Arzneimittel auch nach ihren typischen Beobachtungen Verhalten zu lernen. Das ist natürlich deutlich breiter als nur diese drei, vier Symptome, die wir jetzt besprochen haben. Jedes Mittel hat ja eine ganze Brandbreite von Aussehensmöglichkeiten. Ist das einfach nur eine Möglichkeit und ein Hinweis, wie ich mich dem Arzneimittel nähern kann. Genau. Deshalb ist das eine große Pfeiler der Jus-Methode, die Dr. Jus auch sehr, sehr also dazu bringt eigentlich wirklich dynamische und sehr schnelle Anamnesen machen zu können, weil er sich in Punktum Jasmin, Beobachtung und Verhalten und dieser großen Erfahrung relativ schnell mitten im Fall befindet und sich der Patient oft auch nach wenigen Minuten verstanden fühlt und damit natürlich auch ganz andere Antworten gibt. Gut. Wie ihr vielleicht hört, haben wir irgendwo jemanden, der gerne Dinge auf den Boden schmeißt. Das ist jetzt in meinen Podcast-Zeiten ja noch nie passiert, dass auch irgendjemand chronisch irgendwelche Dinge auf den Boden schmeißt. Ich hoffe, dass es euch nicht zu sehr stört. Ich habe mich sehr erschreckt beim ersten Mal. Für mich ist es sehr laut. Ich hoffe, dass uns das nicht die Aufnahme ruiniert. Sonst gucke ich, ob ich davon vielleicht nachher noch was rausschneiden kann. Gut. Es gehört noch weitere Sachen zur Jus-Methode. Wir bleiben da kurz. Die Miasmen erwähne ich nicht nochmal. Es gibt auch sehr viele Folgen drüber und lade ich euch ein, die zu hören. Sehr, sehr komplexes Gebiet und ein Bereich der homöopathischen Theorie, die uns auch bei allen Bereichen, also von der ersten Begegnung mit dem Patient bis zur langjährigen Betreuung absolut gute Dienste leistet. Es ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der Jus-Methode und auch ein großer Diener in der Arzneimittel Auffindung. Es braucht nochmal während der Ausbildung eine ganze Ecke zusätzliche Aus- und Weiterbildung und man muss nochmal deutlich mehr über die Arzneimittel lernen als unsere Kollegen, die keine Miasmen haben. Das heißt, wir müssen nochmal viel, viel mehr im Kopf haben. Das ist aber wegen dieser mentalen Repertorisation und der dazugehörigen Anamnesetechnik, also dass ich während der Patient redet, schon damit beschäftige, welche Arzneimittel kommen in Frage, muss ich eh deutlich mehr Materiamedica Wissen im Kopf haben, als die, die rein sich aufs Repertorium stützen. Was an dieser Stelle nochmal erwähnt, keine Bewertung ist. Das lege ich durch eine Feststellung und ich bin ganz sicher, dass das auch nicht für jeden gilt, der mit dem Repertorium schafft und andersrum bin ich auch sicher, dass es nicht für jeden gilt, der mit der Jus-Methode schafft, dass der jetzt alle Symptome im Kopf hätte. Gut, ein weiterer Bestandteil ist die ausführliche Fallaufnahme für die Patienten und Familienanamnese und das mit Einbeziehen dieser Informationen in die Fallverschreibung. Das sehe ich auch nicht bei allen. Die Familienanamnese heißt die Blutsverwandten, also nicht irgendwelche angeheirateten Großtanten, sondern Blutsverwandte, was hängt die für Arten von Erkrankungen oder auch für Leben gehabt. Da sind wir dann schon ein ganz kleines bisschen in der Systemik, mit der Dr. Dösnick nichts zu tun hat, aber die Systemiker arbeiten ja auch damit. Die systemischen Homeopathen hatten wir auch schon im Podcast. Also eine ausführliche Familienanamnese plus eine ausführliche Patientenanamnese und die Berücksichtigung, gerade bei chronischen Fällen der Fallverschreibung, mindestens mal aufgrund der Patientenanamnese und in Einzelfällen auch sehr wichtig in Verschreibung auf die Familienanamnese. Viele Fälle, Anomöopathen nicht lösen konnten, hat Dr. Dös aufgrund der Familienanamnese gelöst. Das ist ein ganz zentraler Teil der Dös-Anamnese. Deshalb gehört das auch zur ersten Anamnese zum vollständigen Symptom, im Prinzip auch dazu bei den chronischen Erkrankungen. Dann gibt es noch zwei Einschätzungen und dann sind wir für die Folge heute am Ende. Das eine ist natürlich das zentrale Element, was wir selbstverständlich in der Jus-Methode ganz stark oben haben, ist die medizinische Einschätzung des Falls. Nicht nur, dass wir darüber die sogenannten pathogon-hormonischen Symptome erkennen, also welche Krankheiten sind typisch. Ich habe einen allergischen Hautausschlag, der juckt und preist und brennt. Das ist jetzt kein Megasymptom. Aber wenn ich einen allergischen Hautausschlag habe, der gar keine Symptome macht oder der vor allen Dingen pulsierende Schmerzen macht oder ich habe Kniebeschwerden, die bei Wärme besser werden, ist das erstmal noch kein Thema, die dann viel auffälliger sind, wenn ich sage, ich habe Arthrose, aber die ist viel besser, wenn ich immer joggen gehe. Solche individuellen Symptome, die sind wichtig, damit man nicht nur die pathogon-hormonischen nimmt und sonst fällt es einem schwer, individuelle Symptome zu sammeln. Also nicht nur für diesen offensichtlichen Zweck ist die medizinische Einschätzung unglaublich wichtig oder wenn wir gehen in unserer gesellschaftlichen Rolle als Erstandaufstelle in der Schweiz, dass man natürlich einfach verpflichtet das medizinische Know-how soweit zu haben, dass man keine Patientengefährdung macht und natürlich als Homöopath ehrlich gesagt auch wichtig, dass man weiß, was behandelt man da überhaupt. Insofern unverzichtbares Element medizinischer Einschätzung, die hilft uns aber auch bei der Prognose oder Fallbeurteilung. Also wer sich medizinisch nicht auskennt, kann keine Use-Methode anwenden. Geht nicht. Er kann dann Teile der Use-Methode anwenden, aber die Use-Methode ohne medizinische Einschätzung ist keine Use-Methode. Und deswegen auch noch ein zweiter Punkt, der auch dazu gehört, ist die psychologisch-spirituelle Einschätzung des Falls. Das ist je nachdem. Wir haben Dr. Hughes oft gesehen, dass er auch ein ja, spirituell ist vielleicht nicht das Richtige, vielleicht eher philosophisch, wobei er ist ja spirituell. Ja, lassen wir es stehen. Nehmen wir noch ein drittes hinzu, also psychologisch-philosophische spirituelle Einschätzung des Falls. Das führt ein bisschen zu weit, wenn ich darauf jetzt mehr eingehe, aber es ist ganz wichtig zu sagen, dass die Use-Methode immer auch im, sagen wir mal, ja vielleicht beschreibt es das am besten, im Einklang mit der Natur. Wir sind ja Naturheilpraktiker, wir arbeiten mit Naturgesetzen und sind deswegen ganz, ganz bewusst eigentlich auch Teil der Natur und damit auch den natürlichen Gesetzmäßigkeiten zum Beispiel von Leben und Sterben unterlegen. Wir sind aber damit auch nach philosophischen Betrachtung ermöglicht, dass wir auch die Symptome in einem anderen Licht sehen, nämlich, sage ich mal, die Bedeutung von einem Symptom und das Natürliche daran, krank zu werden und was das an, also was das Natürliche nachher mit dem Unnatürlichen zu tun hat, mit der Medizin immer alles wegmachen zu müssen. Oder nachher, dass das die Sichtweise, die andere Sichtweise, die die Homöopathie mit sich bringt, dass wir verstehen, dass Symptome nicht per se erstmal jetzt ein feindlicher Übergriff von irgendwelchen Viren sind, die uns versuchen umzubringen, sondern, dass dort natürliche Prozesse hinterstehen, sei es auch das Krankwerden durch ein Virus, was ein natürlicher Prozess ist, der ja aber auch seinen Sinn hat, auch wenn viele Leute diesen Sinn nicht mehr wissen und auch nicht hören wollen und davon auch nichts wissen wollen und deshalb auch nichts von den Konsequenzen wissen wollen, wenn ich mich dann gegen solche Sachen impfe, was das für Folgen hat. Die verstehe ich ja erst, wenn ich verstehe, was es für einen Sinn hat, sich von einem Virus infizieren zu lassen und was das für die Natur im Großen und Ganzen oder für gewisse Spezies oder oder über, also wie heißt das, über, also übergreifend zwischen anderen Spezies, habe ich das Fachwort vergessen, also wenn Spezies untereinander interagieren, ich glaube das war das Wort, was ich gesagt habe, also über die Speziesgrenzen hinaus Interaktion mit anderen Spezies haben, was da zum Beispiel Viren für eine Rolle spielen und so weiter. Das heißt, diese philosophische oder psychologische oder auch spirituelle Einschätzungen sind drei ganz verschiedene Aspekte, aber spielen alle nachher eine Rolle auch in der Homöopathie, nach der Justmethode zu schauen, was ist das für ein psychologischer Fall auch, selbst wenn der Husten hat, wie muss ich den betreuen, braucht der Notfalldienst, muss der dreimal am Tag angerufen werden, ist das jemand, den man besser nicht anruft, ist das jemand, den man stützt, trägt hilft, der viel Beratung braucht, die Beratung selber ist ein großer Bestandteil der Justmethode, Ressourcen Aktivierung ist heute Pflicht in der Homöopathie, aber auch die spirituelle oder philosophische Betrachtung von dieser individuellen Krankheit ist etwas, was zur Justmethode verpflichtend gehört. So, ich hoffe, ich habe euch mal wieder einen schönen Überblick gegeben über die Justmethode und vielleicht hat der eine oder andere auch den einen oder anderen Punkt nicht gewusst, dass der auch zur Justmethode gehört oder die sehr treuen Fans von Dr. Just werden wahrscheinlich auch noch ein, zwei, drei Sachen vermissen, über die wir nicht gesprochen haben, das ist aber der Zeit geschuldet, nicht, dass ich finde, sie gehört nicht dazu, aber das sind für mich, sage ich mal, die Must, die Pflichterwähnungen waren jetzt diese Punkte. Sehr gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr hattet mal wieder einen kleinen Einblick in die Use-Methode und deren Bestandteile. Ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag, hoffe, dass das Klopfen von oben euch nicht in den Ohren wehgetan hat und vielleicht habe ich es aber auch rausgelöscht. Bis bald, tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017